Ja moin Leute, heute ist MacOS 10.15.5 erschienen und das wird die Lebensdauer von den MacBooks mit Thunderbolt Anschluss deutlich verlängern können. Also der Thunderbolt 3 Anschluss ist ja dazu da, kann hier genutzt werden, um das MacBook aufzuladen. Und jetzt haben es ja viele so, wie auch ich zum Beispiel, dass es bei mir dauerhaft an einem Dock hängt, wo es die ganze Zeit geladen wird. Oder zum Beispiel auch an einem externen Display, was das MacBook die ganze Zeit lädt. Und Apple hat jetzt gesagt, naja, das ist ja jetzt nicht so gut für den Akku, wie wir das ja auch schon wissen. Habe ich ja auch schon oft gepredigt und erzählt, dass das dauerhafte Laden für Akkus nicht gut ist und das ganze Zeit auf 100% sein. Und das hat Apple jetzt gefixt. Und das bedeutet, wir sollten hier jetzt eine deutlich längere Akkulebensdauer haben. Also wie lange der Akku hält, bis er irgendwann getauscht werden muss, weil er überhaupt nicht mehr hält. Aber es kommt mit dem Quirk, dass der Akku dafür kürzer hält. Okay, ich zeige euch das Ganze mal. Und zwar, wenn ihr das Update gemacht habt auf 10.5, 10.5, dann könnt ihr einmal in die Systemeinstellung gehen. Und hier gibt es unten Energiesparen. Und wenn wir dann hier auf Batterie gehen und dann hier unten Batteriezustand, dann sehen wir hier, dass es eine Batteriezustandserkennung gibt. Und dann sehen wir auch hier, wie bei allen aufladbaren Batterien handelt es sich hier um Verbrauchskomponenten. Und das heißt, standardmäßig ist das hier dann auch angeklickt, dass der Mac nicht mehr voll auf 100% lädt. Er zeigt es zwar an, aber er macht es quasi so, dass er intern sagt, naja, ich lade vielleicht bis auf 90%. Und dann sage ich aber, der ist voll. Und das führt dazu, dass der Akku nicht mehr komplett voll geladen wird. Das heißt, wir haben dort nicht mehr diese hohen Spannungen, die nicht gut für die Zellchemie sind, sondern es ist ein bisschen niedriger und dafür hält der Akku dann länger, weil er langsamer chemisch altert. Man kann das auch ausmachen und das macht zum Beispiel Sinn in folgendem Zustand. Ich fahre nachher auf lange Zug, wo ich das MacBook benutzen möchte und nicht laden kann. Dann sollte ich das ausmachen, weil wie gesagt, intern limitiert macOS damit, wie viel von dem Akku geladen werden kann. Das heißt, wenn ich die volle Akkulaufzeit brauche, dann mache ich das aus. Dann kann ich das hier deaktivieren. Aber das sollte ich wirklich nur machen, wenn ich wirklich die komplette Akkuleistung brauche. Also wenn ich die maximale Screen-On-Time ohne Ladegerät brauche. Ansonsten sollte ich das aktiviert lassen. Nur, dass ihr es mal wisst. Ihr könnt übrigens auch, wenn ihr oben auf den Apfel geht und dann über diesen Mac, findet ihr hier Systembericht. Und im Systembericht kann man sich anzeigen lassen unter Stromversorgung, wie es um den Akku bestellt ist. Also hier sehen wir jetzt zum Beispiel, dass die Anzahl der Zyklen bei diesem MacBook jetzt gerade 9 sind. Also ist noch relativ neu. Und wir sehen, dass der Zustand gut ist. Wir sehen auch, wie viel verbleibende Ladung wir haben und was die volle Kapazität ist, die dieser Akku haben kann. Ich habe jetzt, seitdem ich das Update gemacht habe, den Laptop noch nicht wieder abgezogen. Deswegen ist es hier immer noch voll. Aber ihr solltet dann sehen, wenn ihr diesen Punkt aktiviert habt, dass die verbleibende Ladung doch ungefähr 10% unter der vollen Ladekapazität liegt. Könnt ihr mal beobachten, ob das so ist. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich vermute, man sollte das dann hier sehen können. Und einfach dadurch, dass das MacBook dann einen langsameren, chemisch alternden Akku hat, weil er vom System her nicht mehr komplett vollgeladen wird, sollte einfach die Akkulaufzeit von einem MacBook auch später noch besser sein, weil die Zyklen langsam voranschreiten. Es ist ja so, dass ein Zyklus beschreibt hier quasi einmal von 100 auf 0% und dann wieder auf 100% geladen. Aber es könnte zum Beispiel auch sein, ich gehe zweimal von 100 auf 50%. Das wäre auch ein kompletter Zyklus und so kann man die Anzahl der Zyklen noch einfach geringer halten, weil vorher war es so, dass das Ganze beim Akku immer wieder hoch, runter, hoch, runter und das ist jetzt vorbei. Damit altert der Akku chemisch langsamer und damit hält er im Endeffekt länger. Ja, das nur als kleines Update, wie das Update 10.15.5 MacBook Akkus schonen wird, allerdings nur Akkus von MacBooks, die USB-C Anschlüsse haben, also Thunderbolt 3. Bei den anderen wird das leider nicht aktiviert. Danke fürs Zusehen und dann auch bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.